Hartola, Donnerstag, 27. Juni. Ingrid hat Sana Kaffee gekocht, sich selbst eine Kanne Tee aufgebrüht und ist jetzt bei der Gartenarbeit. Der Duft von Kaffee und Johannisbeeren schwebt in der Küche, als Sana zum Schrank tapst und wie immer die große Teetasse mit den Rosen wählt, die größte, die es im Haus gibt. Sie reibt sich die Augen. Im Rechten ist noch Schlafsand. Draußen ist es bewölkt. Sie schenkt sich den riesigen Humpen mit Kaffee voll, gibt Hafermilch dazu und macht sich ein leckeres Sandwich mit Avocado, Käse und Tomaten. Dann trägt sie alles auf einem Korbtablett nach draußen. Sie beißt kräftig in das Sandwich und betrachtet den mit Morgentau überzogenen Garten. Irgendwie fühlt sie sich schuldig. Darf man wirklich einfach faulenzen und den ganzen Sommer so verbringen, wie man will? Sie sprüht bereits vor Enthusiasmus. Endlich einmal beginnt sie etwas nur für sich. Etwas, bei dem sie völlig frei von Erfolgsdruck und strikten Deadlines ist. Die Geschichte des vor langer Zeit im Fluss gefundenen Mädchens wird ihr persönliches Projekt werden. Sie hat bereits damit angefangen und den Schuppen durchstöbert. Inkeri hatte die Vermutung, dass irgendwo alte Ausgaben des Hartolan Sannomat mit Helenas Nachruf sein könnten. Nachdem sie zuerst die Schätze ihrer Tante, ausgestopfte Tiere, Hüte, Lederjacken, kaputte Möbel und schönes, in Vergessenheit geratenes Geschirr, bewundert hatte, fand sie einen Stapel alter Einrichtungszeitschriften, Schnittmuster und Lokalzeitungen. Die Suche hatte sich gelohnt. Sana verschlingt das Avocado-Sandwich und holt dann die am Vortag gefundene alte, vergilbte Zeitung hervor. Die kleine Todesanzeige steht in der Mitte der Ausgabe. Zum Gedenken an Helena Toivio. Die, die in unseren Herzen leben, verschwinden nicht. Durch Schatten, Träume, Jahre leben sie still in uns. Unsere Helena Toivio wurde am 1.9.1989 tot im Tainion-Wirter gefunden. Die Redaktion nimmt Anteil an der Trauer der Familie Toivio. Sana überlegt hin und her, während sie den üppig grünen Garten betrachtet. Je länger sie darüber nachdenkt, desto stärker wird ihr Gefühl, dass das genau der Fall ist, den sie sich erhofft hat. Sie wird wie eine True-Crime-Journalistin oder Krimi-Autorin vorgehen. Sie wird ermitteln und interviewen, bis sich nach und nach ein Gesamtbild von Helena und den Ereignissen rund um deren Tod ergibt. Selbst wenn sie nicht die ganze Wahrheit herausfinden sollte, könnte sie ihre Nachforschungen dokumentieren und am Ende eine Geschichte darüber schreiben. Vielleicht ließe sich auch ein interessanter True-Crime-Podcast daraus machen? Eine finnische Version des Podcasts Serial über das mystische Königreich von Hartola. Sana schmunzelt. Sie neigt dazu, zu voreilig zu sein und sich übertrieben hohe Ziele zu setzen, wodurch der Druck anzufangen oft unüberwindbar groß wird. Diese Sache hier muss sie im gemächlichen Tempo von Hartola angehen. Und zwar so, dass sie sich keine Sekunde gestresst fühlt. Das Wichtigste zuerst. Was ist über den Fall offiziell bekannt? Aus Polizeiserien und Krimis hat sie die Vorstellung, dass es über jedes Verbrechen irgendwo eine Art Ermittlungsakte geben muss. Da Helenas Fall bereits so lange zurückliegt, könnten die Unterlagen sogar öffentlich zugänglich sein, wenn man nur wüsste, wo man nachfragen muss. Auch im richtigen Leben fängt man wohl am besten bei der Polizei an. Eine Stunde später läuft Sana schon durch das Zentrum von Hartola. Nachdem sie eine Zeit lang an der Hauptstraße entlang marschiert ist, beginnt sie, sich zu wundern. Sie hat die Post, eine Alkofiale und das Gesundheitszentrum gesehen, aber keine Polizeistation. Mit dem Handy googelt sie Hartola Polizei und kommt sich dumm vor. Hier gibt es gar kein Polizeirevier. Es wurde aufgelöst und die Dienststelle von Helme regelt nun die Angelegenheiten von Hartola. Ob man der Polizei E-Mails schreiben kann, fragt sie sich und ihr fällt auf, dass sie auf die massive Steinkirche zuläuft, die das Zentrum des Ortes beherrscht. Sie setzt sich auf eine Holzbank und sucht bei der Polizei von Helme nach der passenden E-Mail-Adresse. Zumindest könnte sie es versuchen. In einer kurzen Nachricht erklärt sie ihr Interesse an einem alten Fall über ein am 1.9.1989 im Tainion-Wirter gefundenes Mädchen namens Helena Toivio. Sie drückt auf Senden und überlegt, ob bei der Polizei so kurz vor der Urlaubssaison überhaupt jemand Zeit hat, seltsame Anfragen über eine so alte Sache zu beantworten. Während sie auf der Bank sitzt, betrachtet sie die Steinkirche. Ihr kommt der Gedanke in den Sinn, Helenas Grab zu besuchen. Es wäre schön, die letzte Ruhestätte des Mädchens zu sehen. Gleichzeitig hat sie auch irgendwie ein schlechtes Gewissen. Darf sie sich einfach so den Tod eines Menschen aneignen? Die Tragödie zu ihrer eigenen Geschichte machen? Der Himmel hat sich verdunkelt. Es sieht nach baldigem Regen aus. Sana beschließt trotzdem noch schnell auf den Friedhof zu gehen. Dort liegen auch ihre Mutter und ihre Großeltern. Aber die sieht sie am liebsten in ihren eigenen warmen Erinnerungen, nicht als kalte Steine. Seit 15 Jahren war sie nicht mehr bei den Gräbern und auch jetzt besucht sie sie nicht. Ihre Schnürstiefel knirschen auf dem Kiesweg. Vor der Kirche steht ein verblichener Aufsteller. Gottes Segen sei mit dir. Die Kirche ist geöffnet. Der Friedhof liegt leer und verlassen da. Nichts rührt sich. Es kommt ihr vor, als sei sie die einzige Lebende hier. Ob in der Kirche tagsüber etwas los ist, fragt sie sich, als sie am Eingang vorbei in Richtung der Gräber geht. Sie überfliegt die eingravierten Geburtsdaten. Genau wie bei den Todesanzeigen in der Sonntagszeitung sucht sie nach ungewöhnlichen Namen, liest die Sprüche und rechnet das Alter der Verstorbenen aus. Sie muss sich eingestehen, dass sie beim Recherchieren manchmal absichtlich nach tragischen Dingen sucht. Und was ist schon tragischer als der Tod eines jungen Menschen? Während sie zwischen den Gräbereien hindurchläuft, merkt sie, wie sie sich selbst wieder in die Tiefen der Trauer begibt. Sie trauert um Kinder, Alte, Alleinstehende, die ihre Liebsten verloren haben. Helena, sogar um sich selbst, das Ende ihres eigenen Lebens, obwohl sie völlig lebendig ist. Sie muss endlich mehr aus ihrem Leben machen. Ich hoffe, euch hat die Hörbuchvorstellung gefallen. Bitte gebt einen Daumen nach oben, denn das hilft dem Kanal. Falls ihr das Hörbuch schon gehört habt, dann schreibt doch einen Kommentar, wie es euch gefallen hat. Dieses Hörbuch gibt es jetzt kostenlos im Probeabo. Schaut in die Infobox, dort findet ihr Links und weitere Hinweise. Hier rechts findet ihr eine weitere Hörprobe. Bitte lasst auch ein Abo da und die Glocke aktivieren, dann werdet ihr immer über neue Hörbücher informiert.